UNTERTITELUNG Mama, ich möchte einen Hund haben. Du hast schon einen. Dein Hund ist die Geige. Jonas, komm doch mal her. Willst du Alexander nicht mal begleiten? Jonas, konzentrier dich bitte. Komm, nochmal. Ich spiel nicht mehr. Bitte nimm die Geige und spiel weiter. Ich lass mich in Ruhe, ich spiel nicht mehr! Anna, lass dich aufhören. Du glaubst nicht, was du machst, Jonas. Ich arbeite nicht sehr. Du bist spät dran. Ich hab den Bus verpasst. Beim Konzert wartet auch niemand auf dich. Nochmal. Nein. Nein. Was, sie finden, dass er zu wenig übt? Es sind mittlerweile wirklich vier Stunden am Tag. Ein bisschen schneller. Du schleifst die Töne. Die Töne. Die Töne. Die Töne. Die Töne. Ich denke, beim Spielen die ganze Zeit, ich schaff's. Jungs, stand am Arm. Ein bisschen schneller. Weiter. Lass locker. Überlauung. Hier. Der Leiser. Das ist der Wunsch. Der Leiser.